Dann halt so. Warte, ich will meinen auch haben. Drüben ist ne Redstone. Find's cool, dass das Wasser sich aber wirklich recht schnell verläuft. Also hier ist glaube ich fake, deswegen gehen wir erstmal hier. Hier geht's doch nach oben. Ja, da gibt's viele Wege, aber ich glaube, dass hier fake ist. Ja, genau. So. Machen wir mal eben den hier. Ah, okay, hast du gesagt, guck mal, hier ist viel Cola. Das heißt, wir kamen von hier hinten. Das heißt, hier ist schon... Ich glaube, vielleicht noch an, warte. Was machen die Hunde hier? Mensch. Beziehungsweise, was haben die da gerade veranstaltet? Ah, hier ist... Ups, ich halte. War es nicht hier, wo ich gestorben bin? Auch einmal. Hier bist du auch einmal gestorben. Stimmt, da müssten wir jetzt doch hier... Ich glaube, links hoch. Hm. Das war aber ein anderer Todspunkt, den du jetzt gerade meinst. Das ist was anderes. Probier trotzdem mal. Ups. Du kannst ja von hier aus starben. Hier geht's noch ein ganzes Stück wieder hoch. Okay. Okay. Ja, sieht gut aus. Ah, hier einhine ich mich an diese Pilze im Hintergrund. Da wollte ich aber nicht entlang. Ich glaube, wir sind gar nicht mehr so weit weg von oben. Ich hatte eben einen sehr weit oben Punkt, aber... ...wollten wir noch nicht raus. Ja. Ich weiß, wir... ...hatte vorhin auch schon das eine oder andere Mal. Ich glaube, ich esse gerade noch mal was. Ich renne zu viel. Oh. Ja. Wenn wir wieder einen Stack freikriegen müssen, denke ich mal, wäre ich die Spinnenaugen weg. Die will ja eh keiner. Sind ja nur ekelhaft und so, ne? Na, hier geht's hoch. Hallo? Ah, ich erinnere mich. So. Hier hoch jetzt, oder? Ja, ja, lass mal da hoch. Warte, dann teste ich so. Kannst du ja nehmen. Ja, ja. So. Da hinten ist Lava, die auf Wasser trifft. Die Hunde, die laufen ja eh nach, äh, also mir hinterher. Äh, die spawnen ja hinterher. Spawn, ja. Das ist auch dunkel. Kannst du mal eben kurz gucken gehen? Ich geh mal zu der Lava. Ich bin weiter oben. Ich geh zu der Lava. Ja, ich bin weiter nach oben gegangen. Hier ist der Punkt, wo wir ehemals unsere Base hatten. Ja, und hier geht's weiter nach oben. Warte. Hallo? Tobias, geh mal links in die Ecke. Ja. Ja, ja. Ich will grad nur, ich weiß nicht, naja doch, ich komm einfach mal. Ja, jetzt sind wir doch schon der Freiheit nah. Kannst du nicht, dass der das irgendwie alle fünf Sekunden removed, diese Linksbums da? Irgendwann mal einstellen? Äh, äh, ich könnte's versuchen. Oh, was ist hier? Zombie-Geräusche. Ui, 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 ui. Oh Gott, hier, wir gehst du auch da. Oh. Ähm. Da waren wir, da waren wir aber schon, deswegen sollte das nix besonderes sein. Oh, ich brauch noch ein paar Fackeln, so. Hier, ist auch nix, was wir alles übersehen haben hier. Wir hatten doch eine Entscheidung ursprünglich. Von dreien. Ich will die ganze Zeit Fackeln setzen. Ja, dann setzt du mal. Hier ist nix. Okay. Dann. Dann, 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 dann. Tun wir umdrehen, Tun! Und, ja, das auch. Aber, mach ich eh noch mal den hier, warte. Oh, hier oben ist draußen. Warte, warte, warte. Und es ist nacht. Geh raus. Immer wenn man aus einer Höhle kommt, das ist wirklich immer so, immer dann ist Nacht. Ich weiß nicht, wollen wir die Rohstoffe eben nach Hause bringen? Ja, wir holen uns dann eine andere Höhle. Oh, Tatsache. Nur schnell gucken, dass wir irgendwie nach Hause kommen. Welche Richtung? Ich glaube hier im Berg, Berg hoch und links. Bei mir ist es ziemlich dunkelig. Au! So, jetzt sehe ich auch noch was. Ja, Kollege, du bist schlecht hier, ne? Nicht mal treffen, du es da. Dummkopf. Da, ich sehe meinen. Ach, hier ist ein Höhleneingang. Wir sind knapp daneben gewesen. Hier müssen wir hoch und, ja, da hinten ist. Okay, erstmal Zeugs einordnen. Da hinten sind ein paar Creeper. Drei Stück nebeneinander. Drehe ich mal nach links. Auf unserem Dach sind zwei. Hinter dir ist ein Zombie. Ich weiß. Nehmen wir noch ein paar Samen mitgenommen. Sehr schön. Home sweet, motherfucking home. Erstmal schnell schlafen, oder? Ja, ja. Dann komme ich auch mal raus. Ohne Helm sieht das immer so episch aus. So, wir müssen mal gucken, was wir jetzt erstmal alles auffrischen können. Die Hunde sollen wir die wieder mitnehmen, oder soll ich die dann eben schnell oben reintun? Tu die rein. Ich habe Angst, dass die Creeper noch auf dem Dach sein könnten. Waren die wirklich auf dem Dach? Ja. So, wir haben, also erstmal brauchen wir, glaube ich, ne, ne, wir tun erstmal Sachen einordnen. Ich gehe mal die ganzen Erze einschmelzen. Gib mir mal deine Erze. Ähm, ja. Warte, ich habe keinen Platz, deswegen muss ich mal hier. Gib ich dir ein paar Sachen. Kannst mir die pure Zeug geben. Kohle, Redstone, 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 Ups, Redstone, Lapis. So, das reicht bis jetzt. Hast du mir schon die Sachen gegeben? Ja, ja. Ja? Ja. Ja. So. Okay, Eisenbahn haben wir auf jeden Fall genug. Oh, da ist ein Creeper. Dann lass ihn, lass ihn einfach nicht rein. Der ist im Haus. Der ist runtergekommen. Ja, klar. Dä, 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 dä. Ich repagniere die Wand und tu. Hier fehlt nur ein bisschen Glas noch. Lässt sich irgendwo auftreiben. Boah, das ist jetzt ärgerlich gerade, ey, Mann. Halt den Flimtunnel auf jeden Fall hier hin. Und das Bett ist weg. What? Fucking Bett. Oh, hier ist noch Cleanstone. Drin. Hoch. So, sonst ist alles in Ordnung im Haus, ja. Einmal noch ein bisschen Eisen einschmelzen und noch ein bisschen Gold. Untenrum ein bisschen Gold? Und noch ein bisschen Gold. Hier fehlt auch eine Treppe. Die kannst du ja jetzt eben. Ja, ja, mach ich klar. Ah, wir haben hier noch ein bisschen Rüstung. Wie sieht's mit meiner Rüstung aus? Die aktuelle. Ah, die ist schon wieder im Puppex. Dann tun wir die eben ablegen. So, so, so. Werden wir jetzt eben hier reintun. Werden uns das mitnehmen. Werden uns auch das mitnehmen. Jawoll. Mie, 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 mie. So, und wir werden noch eine neue Axt auf jeden Fall mitnehmen. Ich denke mal sogar zwei. So, das Glas tun wir gleich einordnen. Oh, da kam eine Spinne runter im Dach. Was haben wir alles auf dem Dach? Wir sollten mal unseren Dachboden, äh, sollen wir mal ein bisschen darauf aufpassen, ne? Ah. Haben wir jetzt hier gerade... Ja, hier sind mal welche. So kann ein Pflasterstein reinkommen. Ich überlege gerade... Hier fehlt ein Schild. Ah, ne, doch nicht. Hier, Enderperlen. Haben wir schon welche. Wo kommt Pflasterstein rein? Hier hinten. Da, wo der Hund draufsteht, glaube ich. Oh. Ne, eins drüber. Ich mach mal eben aus den Strings, ähm, Wolle und ordne die dann mit ein. Hallo, Hundi. Knochi. Für dich. Knochi. Knochi. Fress. Du Wichser. Wo haben wir eigentlich die Federn her von den Hühnern? So. Oh, 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 oh. Warum haben wir eigentlich so viele Eimer? Weil wir sie brauchen. Ja, aber vier Stück, das ist doch... unverantwortlich. Wo sind die Äpfel? Habe ich, glaube ich, irgendwann mal gegessen. Pff. Ich muss neue holen. Die Rohstoff... äh, Kiste gefällt mir immer noch am besten. Wo haben wir denn... Spinnennetz und so einen Quark? Hier ist was. Halt. Tun wir das ganz einfach mal. Flint haben wir da hinten noch in der Kiste. Tun wir das einfach mal hier hin. So. Hier haben wir jetzt noch Kohle. Da werden wir das mal eben... etwas verschieben. Dreimal auf Holz geklopft. Erfolg. Gut, Flint hatten wir jetzt hier hinten, glaube ich, noch. Genau. Ja, ich weiß, das eine unten ist für den einen oder anderen ein bisschen langweilig. Bäh, bäh, bäh. Wir wissen es ja. Aber Ordnung muss sein, nicht wahr, Nick? Say nay to... Oh, say nay. Say nay. Nee. Jetzt hat ja mal so ein Lehrer von uns gesagt, der jetzt in Rente ist. Nee. Nee, nee, du moaned hatten wir auch einen. Der sagte immer, nee, du moaned. Moaned. Fand er dich so schön. Obwohl ein perverser Lehrer, ne? Nee, der war voll fett. Okay, pervers. Fett ist pervers. Also egal, was ihr sagt, ihr seid pervers. Dirk Bach war auch pervers. Gut. Schluckspicht. Gut, Schaufel. Ah, das müssen wir eben so machen. Die Spider-Eyes. Die wollen wir nicht. Huch, da waren sie da. Hat mein geschultes Auge doch gesehen. Ja, der war gut, ne? Die Samen, die tue ich ganz einfach mal jetzt mit hier oben rein. So, und dann haben wir noch Eisenbahn. Und aus diesen Eisenbahnen wollte ich mir eben einen neuen Helm machen. Wir haben noch so einiges an Gold zu Hause, oder? Ähm, ich glaube ja, warte. 45. Ah, das reicht. Dann mache ich uns zwei Goldäpfel für den Notfall. Ich möchte raus. Der schwarze Fleck in unserer Wand sieht episch aus. Ja. Ich gucke mal eben auf unserem Dach, beziehungsweise mache mal das Loch. Hat super gemacht. Warum haben wir so viele Viecher auf dem Dach? Alter! Und so. Ja, ohne Witz. Ich will die nicht. Was wäre echt denn jetzt jedes Zeug die ganze Zeit weg? Ne, das muss ich mit Holz machen. So, ein Stack Gold Nuggets. Au. Au. Lass ich erstmal, was wir hier draus machen. So, die platzieren wir gleich. Tobi, wo bist du? Ich muss gerade das Dings reparieren. Obsidian muss ich auch noch gleich wegbringen. Was musst du reparieren? Das, was der Creeper uns da reingerissen hat. Achso. Bleib mal stehen. Warte. Ich gebe dir jetzt einen Goldapfel. So. Sieht aus wie ein normaler Apfel. Das ist ein Goldapfel. Kannst du mal bitte... Klasse. Kannst du mir mal bitte... Ähm... Noch... Glas bringen? Ist in... Äh... Du findest das. Wir vertrauen dir. Ne, ich mach grad was anderes. Ne Höhle gefunden. Ja, ist ja auch so schwer hier in unserer Gegend. Ne, aber ne richtige. Keine Fake-Höhle. Das hatten wir auch keine Fake-Höhle. Ja, aber die war doof. Das war eine Mine und so. Die war anders. Die war schuld. Unterschätze die Minen nicht. Vor allem, ich guck hier vor und einfach nur mal ganz kurz an der Kiste und dann BAM! Hier ist übrigens auch noch ziemlich viel Redstone mit bei. Hier kommen die... Nehmen wir mal mit. Komm. Können wir uns mal... Ja, Hund, ich bring dich gleich weg. Jetzt fehlt da nur noch das Glas hier an der Seite. Treppen und so. Oh, hier fehlt. Was? Ey, die Creeper sind aber auch eklig, ne? Schön, dass du hier drin alles gebaut hast, du... Nick. Ja, klasse, da fehlt jetzt. Komm, merkt bestimmt keiner. So. Ja, merkt keiner. Wieso ist hier Wasser? Überall, wo ich mich runtergrabe, ist Wasser. Ja, du bist bestimmt schon wieder in der nächsten Höhle und hast schon wieder die nächste Höhle. Das entspricht... Hä? Woher kommt die Scheiße? Musst du die mal hier ansehen. Hm, nö. Gerade? Das tun wir mal da hin. Hast du das ganze Zeug eingeschmolzen? Ich schmelze es gerade. Deutsche Zeitform sind voll Scheiße. Geil.